So, meine Schüler, wir sind jetzt im Zoo, hier sind auch andere Menschen, also bitte benehmt euch. Ey, schaut mal, dort ist eine andere Klasse. Ey, ihr Hunde! Die fühlen sich angesprochen, wenn man sie Hunde nennt. Die sind Hunde! Eine andere Klasse. Sollen wir die zurückbeleidigen? Auf jeden Fall. Die trauen sich nicht mehr. Ey, eure Mütter sind so dumm, sie setzen sich auf den Fernseher und gucken das Sofa an. Ja, wollt ihr her! Ich geh dir jetzt boxen, ruhig dich. Wir sind die bessere Klasse. Genug beleidigt. Kommt her. Was? Wir klären das jetzt anders. Kommt ihr doch her. Nein, ihr! Dein Vater kann kommen. Was? Er geht auf Vater. Was ist los, ne? Du, was war's? Oh, was ist hier los? Die andere Klasse hat uns beleidigt. Wie oft habe ich euch gesagt, dass ihr euch nicht mit Fremden streiten solltet? Ey, schaut euch den Lehrer von der Klasse an, er schaut aus wie Taddeus. Taddeus! Ey, ihr da. Dein Vater ist die dumme Version von Patrick. Deine Mutter ist die fette Version von Perla. Und du? Du? Du kannst meine Ar microwave. Du kannst meine Ar deklaz.